Diese Folge wird präsentiert von WobEnzym. Mit der systemischen Enzymtherapie verschreibt sich WobEnzym seit über 50 Jahren einer Mission, ein bewegtes Leben zu unterstützen. Im Fokus steht die Regulation von Entzündungen bei aktivierten Arthrosen nach Verletzungen und Operationen. Die einzigartige Kombination aus Wirkstoffen natürlichen Ursprungs aktiviert den Selbstheilungsprozess und bekämpft so die Ursache, die Entzündung. Machen Sie WobEnzym zum Teil Ihrer täglichen Beratung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellat und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem ziemlich guten Podcast. Patrick, du bist ja in Berlin auf einer Messe gewesen. Also es wurde dir keine Messe gelesen oder gesungen, sondern du bist mit Karl Lauterbach Hand in Hand über diese Digitalmesse gedackelt, würde ich fast sagen. Wie war es? Genau. Ja, genau. So war das. Also die DMEA, die große E-Health-Messe Europas, Deutschlands, der Welt, findet in Berlin gerade statt und dort werden alle Neuigkeiten vorgestellt für Kliniken, aber auch für Arztpraxen, Apotheken und so weiter. Und da geht es natürlich ganz viel um das Thema E-Rezept, Cardlink, elektronische Patientenakte und so weiter. Ja. Und sowas. Und also erstens, ich habe mitgenommen, Karl Lauterbach hat gesagt, also das wäre jetzt super bei, also man wäre jetzt auf dem Weg quasi mit der Digitalisierung. Das würde die Messe zeigen. Genau. Also Karl Lauterbach hatte vorher kurz auf einer Bühne ein paar Sätze gesagt und genau, in jedem Gesetz, was er macht, ist also irgendwas mit Digitalisierung drin, so eine kleine Prise Digitalisierung. Und dann gab es noch einen Rundgang, dann ist er über die Messe gegangen, da hat er sich als erstes bei Zollsoft informiert, das ist ja die Warenwirtschaft für die Arztpraxis, die es mit dem Zuweisen nicht ganz so genau genommen hat. Und dann ist er zu den Großen gegangen, Siemens, Helphineas, Oracle und so weiter, hat sich da über Kliniken und Big Data und sowas informiert, ja. Und er war bestimmt auch bei T-Systems, Telekom oder irgendwie, wie die heißen, oder? Ja, ja, der war auch. Ein früherer Mitarbeiter, oder? Herr Ludewig hat ihn in Empfang genommen und hat ihm dann erklärt, wie T-Systems, Telekom. Noch mal für unsere Hörer und Hörer, lieber Patrick, wer ist denn der Herr Ludewig? Herr Ludewig war vorher für die Digitalisierung im BMG. Der war so, und dann hat er, glaube ich, kurz Elternzeit genommen und dann ist er plötzlich beim T gewesen. Genau. Und jetzt begrüßt er für dieses große Unternehmen, diesen Milliardenkonzern, begrüßt er also den Minister. 800 Aussteller? Wo geht der Minister hin? Dahin, wo sein früherer Mitarbeiter ist, ne? Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Naja, quasi Lobbyismus ist natürlich keiner. Die kennen sich. Und du hast ja auch gesagt, ne, der ist bei den Amerikanern ja auch gewesen. Und da hat er dann immer eine besondere Freude dran, oder? Ja, 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 ja. Also ich glaube schon, dass alles das, was mit Kliniken und Patient Outcome und so weiter zu tun hat, interessiert ihn dann schon auch. Und bei den Amerikanern, da ist er ja ganz devot, ja. Da wird den Konzernchefs ganz brav die Hand geschüttelt und man hat das Gefühl, da ist irgendwie ein Attaché. Ich glaube halt, das liegt auch, ja, das liegt aber auch daran, weil ich glaube, diese Konzernchefs in den USA, die haben ja die höchste Lebenserwartung. Das ist nicht ganz so wie bei den Patientinnen und Patienten in den USA und bei der Bevölkerung. Da ist die Lebenserwartung, und das liegt nicht nur am Schusswaffengebrauch und so, da ist die halt ein bisschen geringer. Aber das liegt natürlich auch nicht an den Kliniken und an der Digitalisierung, wo die überall so Vorreiter sind und so. Das ist alles super in den USA. Ich glaube, das liegt daran, der Karl Lauterbach ist so, was habe ich mit Karl Lauterbach gemeinsam? Wir sind beide Dorfkinder, ja, und da ist man so sozialisiert, dass man eben, der Amerikaner, der ist halt schon der Gut. Wir haben ja immer diese Westausrichtung gehabt, dann aus dem Rheinland, und da ist der Amerikaner, wollte mal hin, und das ist immer der Gute, das ist wahrscheinlich auch heute noch so. Ja, Karl Lauterbach war ja auch in Amerika, das wird ja in jeder Biografie oder in jedem Lebensabschnittserzählung. Harvard, der ist ja Harvard irgendwas. War der da länger als drei Monate? Wahrscheinlich, der hat da richtig studiert oder so, keine Ahnung. Ist mir auch egal, Kliniken hat er sowieso mit. Der hat es aber auch mit Apotheken nur, da kommt gerade nichts. Da warten wir zumindestens drauf. Genau, wir können das gar nicht erwähnen, weil wir ja nicht wissen, ob es dann noch aktuell ist, wenn es dann gesendet wird. Wir verhauen uns ja jede Woche da mittlerweile mit. Das ist ja richtig böse. Aber es ist im Gesundheitsausschuss, ist gerade jetzt aktuell, wird die Vorhabenplanung präsentiert, und da steht die Apothekenreform noch drauf. Also die könnte am Donnerstag dann dort präsentiert worden sein. Vielleicht gibt es dort, also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, werden am Donnerstag früh veröffentlicht. Dann sitzen im Haus der Bundespressekonferenz ja auch die ABDA-Präsidentin, die Chefs, ich glaube, der KBV und der Deutschen Krankenhausgesellschaft und... Zahnärzte. Zahnärzte. Bitte? Und? Zahnärzte. Zahnärzte. Zahnärzte sind auch noch da, super. Und dann sagen die alle, wie schlecht Karl Lauterbach ist und die Reformen und sonst irgendwie. Aber nochmal ganz kurz, du warst auf dieser Digitalisierungsmesse und wenn wir über Digitalisierung sprechen, müssen wir ja über Kartling sprechen. Dann müssen wir über das E-Rezept sprechen. Das E-Rezept ist ja sozusagen eigentlich der Vorreiter für die Digitalisierung, was ja alles totaler Quatsch ist eigentlich. Weil es wird ja immer so getan, als ob es keine Digitalisierung gibt im Gesundheitssystem. Die gibt es ja schon längst. Die Frage ist, ob es eine gute Versorgung gibt und ob Digitalisierung die besser machen wird. Jetzt hofft aber, jetzt beim Thema Kartling, hoffen ja insbesondere die Versender darauf, dass das alles besser machen könnte zu ihren Gunsten. Weil man ja mitkriegt, bisher in den Umsätzen schlägt sich das E-Rezept ja nicht so nieder. Absolut nicht, ne? Absolut nicht. Also würde mich ja interessieren, Patrick, Kartling soll jetzt ja losgehen. Doc Morris hat schon was, oder? Doc Morris hat jetzt die Zulassung heute Morgen verkündet, dass sie die Zulassung haben, dass sie jetzt also das Produkt live schieben können. Es ist noch nicht drauf, aber das wird ja jetzt irgendwann dann relativ schnell in der App aktualisiert sein. Und dann kannst du dein E-Rezept voll digital abrufen, angucken, weiterleiten, also ohne Medienbruch. Dann kannst du es, genau, ohne Medienbruch. Das ist ja eines meiner liebsten Wörter, Medienbruch. Das sagen ja insbesondere die Leute, die was Neues in den Markt einführen wollen, die sagen dann, die tun so, als ob der Medienbruch das Schlimmste in der Versorgungslandschaft gewesen wäre. Also früher, dass das Papierrezept sozusagen richtig problematisch gewesen wäre. Und man hatte den Eindruck, also im Vergleich zum Papierrezept war zumindest, sagen wir mal, das E-Rezept in den letzten Monaten eher problembehafteter, als das Papierrezept je gewesen ist. Ja, ja. Also du kannst eigentlich sagen, mit dem E-Rezept hast du die Möglichkeit, dein Rezept, da musst du nicht in die Apotheke gehen, sondern kannst es hinschicken und musst dir dann die Sachen aber abholen. Und beim E-Rezept musst du hingehen und die Karte einstecken und kannst es dann aber gebracht kriegen. Also es ist eigentlich nur umgekehrt so. Hat sich nicht wirklich was geändert. Richtig. Genau, der Aufwand verschiebt sich nur. Genau. Von einer Position zu der anderen. So, und jetzt sagt Doc Morris, Achtung, jetzt kommt nämlich das Eigentliche, jetzt sagt Doc Morris, wir hätten gerne eine Aufwandsverschiebung. Und zwar, wir hätten gerne eine Umsatzverschiebung. Also wir wollen mehr Umsatz kriegen. Und deswegen brauchen wir Kartling und deswegen behaupten wir einfach, es gibt einen Medienbruch. Und ein Medienbruch ist ein Problem für die Versorgung oder der Menschen, die sich versorgen. Und es soll bequem werden und sonst irgendwie. Deswegen Medienbruch, Medienbruch, Medienbruch. Wir lösen diesen Medienbruch auf zu unseren Gunsten und zum Gunsten der Versicherten. Und die können nämlich jetzt, zumindest wenn sie ein funktionierendes Handy haben oder ein iPad, das sie herumtragen oder einen kompletten Rechner, mit dem sie dann jetzt einfach sagen können, okay, ich möchte dieses E-Rezept beliefert haben. Genau. So, und können dann Kartling einsetzen und dann kann man über Kartling halt sozusagen die Bestellung auslösen. Die Bestellung auslösen und dann kommt am nächsten Tag deine Ware. Am nächsten Tag. Jetzt hätten wir aber dann doch eine kleine Medienbruchverschiebung. Bisschen, ja. Warum? Weil nämlich gar nichts besser wird. Ja. Achtung, bisher konnte doch auch schon der Versicherte der niederländischen Versandapotheke oder welcher Versender auch immer sein E-Rezept oder sein Rezept schicken und hat auch einen Tag oder zwei Tage oder 17 Tage später seine Ware oder auch nie. Also wenn die nicht verfügbar war, ist das so wie in anderen Apotheken auch. Dann hast du die auch nicht gekriegt. Dann hast du dein Rezept zurückgekriegt, dann haben die gesagt, können wir leider nicht machen. Pech gehabt. Also du glaubst, ja. Ja, oder hast Bonuspunkte gekriegt oder sonst irgendwie, wenn es noch länger gedauert hat. Long story short, also eigentlich ändert sich doch gar nichts. Eigentlich ändert sich nichts und das, was so skurril ist, dass ja, Doc Morris wird ja nicht müde, das zu betonen, dass ja auch die Apotheken vor Ort profitieren. Und weil wir ja wissen, dass seit Jahresanfang immer wieder ein Problem war, dass das E-Rezept noch nicht da war, dass der Versicherte nach Hause wollte, dass du da nicht mehr rangekommen bist, kann man ja sagen, okay, das ist jetzt wirklich die einzige gute Sache, dass du im Prinzip jetzt theoretisch, wenn das dann noch nicht da war, dass du es dann noch von zu Hause nochmal losschicken könntest. Also erst mal Defizit geschaffen, um das dann auszugleichen mit einem richtig anderen Konstrukt. Aber ganz kurz, können wir mal einen Positionswechsel machen hier. Ja, mach mal. Also, ich war beim Doc oder bei der Ärztin und die sagt, ich verordne Ihnen was und dann will ich das beliefert haben, dann will ich das im besten Fall jetzt haben, weil es gibt ja irgendeinen Grund, warum ich das verordne, nämlich, dass ich das nehmen soll, möglichst bald und nicht erst in drei Wochen, sondern sofort und nicht erst übermorgen. So, das ist der Standard eigentlich. Ja, der sollte das sein. Genau. Der sollte das sein. Das heißt, ich gehe im besten Fall von der Arztpraxis in die Apotheke und bekomme mein Arzneimittel. Und wenn es dort schlecht läuft, sagt die Apotheke mir, habe ich gerade nicht da, habe ich aber in drei Stunden da oder in vier Stunden. Oder ich habe es in meiner Filiale oder ich rufe mal für Sie in einer anderen Apotheke an, weil wir sind da alle nicht liefer, aber ich organisiere Ihnen das, weil Sie mein liebster Kunde sind oder meine liebste Kundin. Das ist der Standard. Und so, jetzt wird der Medienbruch inszeniert. Der wird übrigens schon seit, Achtung, 20 Jahren so inszeniert. Seit 20 Jahren wird uns nämlich erzählt von den Versendern, Achtung, es gibt ein riesiges Bedürfnis in dieser sich digitalisierenden Gesellschaft. Ja, ob vor dem iPhone, nach dem iPhone, mit Smartphone oder was auch immer. Ja, die ganze Zeit wird mir das erzählt. Und die ganze Zeit hat sich der Marktanteil nicht verändert. Übrigens auch in den ersten drei Monaten des Jahres anscheinend nicht. Ja, und das, obwohl ja in den ersten drei Monaten des Jahres noch ein Medienbruch dazugekommen ist, zu dem Szenario, was du gesagt hast, nämlich, dass das E-Rezept leider noch nicht da ist, dass dieses digitale, schnelle E-Rezept papierlos leider noch nicht signiert worden ist. Und deswegen der Patient nochmal mit dem Auto 50 Kilometer zur Apotheke zurückkommen ist. Ich glaube, wir werden belogen. Ich glaube, wir werden seit vielen Jahren belogen. Nämlich erstens über die Tatsache, dass es einen Medienbruch gibt. Es gibt keinen Medienbruch. Es gibt eine Versorgungswirklichkeit. Eine Versorgungswirklichkeit sagt ein Verordner oder eine Verordnerin, Achtung, Patientin, Patient, das wird verordnet. Geh dir das jetzt sofort in deine Apotheke holen, weil du das brauchst, weil du krank bist und damit du gesund werden oder dass du Heilung oder weniger Schmerzen oder was auch immer. Bitte jetzt in die Apotheke. Warum zur Hölle sollte ein Patient oder eine Patientin länger als nötig darauf warten? Wer hätte denn einen Nutzen davon, dass ausgerechnet dieser Medienbruch eintritt? Es gibt nur einen einzigen, der davon profitieren würde, nämlich die Eigentümerinnen und Eigentümer von Versendern. Und sonst niemand. Und vielleicht, weil sie ja hinter der Grenze sitzen, dann der Patient, der dann doch noch wieder einen Bonus kassieren darf. Dafür, dass er auf seine Behandlung wartet. Ja, und all die Leute, die das Märchen von der fruchtbaren Digitalisierung erzählen. Ja, all diese Professorinnen und Professoren, die auf irgendwelchen Payrollen stehen und auch Karl Lauterbach oder die zu lange in Amerika gewesen sind und die diese atlantische Luft eingeatmet haben und die der Meinung sind, wir brauchen das einfach. Das macht die Menschen gesünder. Nee, das macht die nicht gesünder, sondern die müssen länger auf ihre Arzneimittel warten. So, und das einzige Ziel, das Digitalisierung haben muss, ist, Menschen müssen nicht länger warten, werden besser und schneller versorgt und nicht langsamer versorgt. Und im Moment sieht es so aus und nichts, also nichts anderes ist belegt, als ob sie schlechter versorgt werden, weil langsamer. Ist so, ja. Also du kannst auch bei DocMorris und auch bei Shop-Apotheken übrigens auch kein E-Rezept bei einer Partner-Apotheke einlösen und dir das noch am selben Tag liefern lassen, was mit Sicherheit damit zu tun hat, dass es ja dann eine andere Apotheke quasi ist. Das kommt vielleicht alles noch, dann wird der große Krake, die große Plattform mit einem anfruchteln, aber solange werden die Patienten schlechter versorgt. Richtig, die Patienten werden schlechter versorgt und das ist so ähnlich wie bei der Zuckerindustrie. Ja, also so ein bisschen. Ich mache das jetzt gerne auf das Beispiel, also es gibt, da wird dann immer von der Freiheit gesprochen. Ja, also sollen, so, der Patient hat doch die Freiheit, der soll doch entscheiden. Nein, sage ich, natürlich hat er die Freiheit, aber das oberste Ziel muss sein, dass der gut versorgt wird. Und wenn der gut versorgt werden soll, dann darf ich dem zuerst mal keinen Quatsch erzählen. Und der Quatsch hieße, ja, warte doch einen Tag auf dein Arzneimittel. Oder Quatsch wäre es auch, wenn Apotheken zum Beispiel Partner von DocMorris oder anderen Versendern werden würden, damit die deren Kunden dann quasi versorgen. Also sie teilen sich dann vielleicht Kunden und haben Schermodelle. Da frage ich mich, von welchem Honorar bitte soll das finanziert werden? Ja, das Honorar, das jetzt schon zu gering ist und nicht auskömmlich. Also ich glaube, dass das hier gerade sichtbar wird, wie schon seit Jahresanfang mit dem E-Rezept, was das eigentliche Problem ist, nämlich, dass gar nicht über die Patientinnen und Patienten nachgedacht wird, sondern dass hier einige nur darüber nachdenken, wie können wir Umsätze in andere Kanäle schiften. Genau. Oder sogar in andere Länder und andere Konzernen und Machtstrukturen. Und deswegen ist es auch so bemerkenswert, dass ein Karl Lauterbach natürlich am liebsten diejenigen, die vermeintlich diese Märkte aufbrechen oder die ganz großen Konzerne, die die Milliarden aus diesem System haben wollen, ja, und die, die sich aufteilen wollen, die überall irgendwie sich eine Schnitte abschneiden wollen, dass er immer zu denen hingeht. Die verbessern aber gar nichts per se. Die behaupten das. Aber die haben halt ganz viel Kapital, um sehr laut zu behaupten und immer wieder kennen. Und die können es sich leisten, irgendwelche Leute, die Elternzeit machen auf Kosten des Ministeriums und des Steuerzahlern, zu sich zu holen, damit der Minister vorbeikommt und dann auch dort man ihm glaubhaft versichert, wir haben die Lösung, damit die Menschen noch besser versorgt werden. Einen Tag später oder zwei. Aber weißt du, ich glaub das alles nicht mehr. Naja, und dazu passt ja auch irgendwie diese Apothekenreform, dieses Umverteilende neue Kanäle. Wir machen mal hier noch eine Schotte auf und machen mal irgendwelche Leitfilialen oder vielleicht irgendwelche Pick-up-Stellen, wo dann irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter noch Päckchen ausgeben dürfen. Aber mit dem E-Rezept geht das ja dann ganz geschmeidig. Ja, gibt es ja jetzt gerade so einen Fall, ihr habt ja darüber berichtet, bei Apotheker Talk in Thüringen. Treffort. In Treffort, ja. Ist aber kein Fall Treffort, sondern es ist tatsächlich ja so, dass eine, dass dort eine Apotheke geschlossen wurde, weil nicht auskömmlich, weil nicht mehr zu managen, ja, weil sich kein Approbierter gefunden hat, der dort arbeiten wollte, um es mal so beim Namen zu nennen. So, und dann wurde die dichtgemacht und dann hat ein anderer Apotheker aus 30 Kilometer Entfernung gesagt, ach, dann mache ich da jetzt keine Filiale und schicke da und stelle mich da selber rein oder so oder mach meine zu oder weil Treffort so super ist. Sondern hat gesagt, nee, ich mache jetzt was? Wie nennt er das? Gesundheitsmarkt? Gesundheitsmarkt nennt er das. Also ist eigentlich wie so eine, soll ja mal eine Leitfiliale dann vielleicht werden, wo die PTAs dann doch abgeben dürfen. Also ist so ein Platzhalterthema. Also die PTA darf da bleiben, darf jetzt natürlich eigentlich nichts, also darf jetzt nicht beraten oder Ähnliches tun, weil ja kein Approbierter vor Ort ist, aber darf natürlich was? Darf die Kunden, also darf so tun, als ob sie noch da ist und darf die Rezepte umlenken. Die E-Rezepte einscannen, ja. Die E-Rezepte einscannen oder so. Also es ist schon, man spürt, auch an diesen Konstellationen, da soll ein Standort gesichert werden, damit am Ende man sehr viel billiger eine Apotheke betreiben kann, als das heute möglich ist. Ja. Oder? Ja, und weißt du, woran mich das erinnert? Sagt der Hain noch was? Der Name Hain, der Ort im Harz, also auch ein bisschen weiter oben. Ja, da hat ja doch Morris damals einen Rezeptbriefkasten übernehmen wollen oder installieren wollen, als die Apotheke geschlossen hat. Ja, und ich kann auch verstehen, dass Ortsvorsteher oder Bürgermeisterin oder wer auch immer, dass die sagen, pass auf, wir wollen das für unsere Bürgerinnen und Bürger haben. Wir brauchen hier eine sympathische Lösung. Ja. Nur, muss man ja sagen, das mag ja dann sympathisch auf den ersten Blick sein. Die Frage ist, ob, wenn, man fängt an und verzichtet auf ein bestimmtes Regelwerk. Also man lässt Struktur weg. Man verzichtet auf die Apothekerinnen und Apotheker. Und es richtet sich ja gar nicht gegen PTA, das muss man ja an dieser Stelle sagen. Sondern was dann passiert im nächsten Schritt ist, dass man genauso sagen wird, okay, wir verzichten auf die Rezeptur. Wir verzichten auf den Kühlschrank. Wir verzichten auf den Nacht- und Notdienst. Wir verzichten auf bestimmte Öffnungszeiten. Wir verzichten auf bestimmte Auswahl, auf bestimmte Sortimente, auf bestimmte andere Standards. Es wird immer weiter reduziert und das nennen dann eine andere Liberalisierung. Ja, aber ich nenne es zwei, drei Klassenversorgung, wie wir sie längst schon haben. Und die wird dann auch in der Arzneimittelversorgung Einzug halten. Ja. So, und da muss man sich gut überlegen, ob man das wirklich will. Ich glaube, das will man, darf man nicht wollen. Nee, du kannst es ja auch überlegen. Also man könnte ja mit der gleichen Logik dann irgendwelche DIN-Normen dort vielleicht mal aussetzen. Oder fließende Wasser abdrehen. Die Leute müssen dann halt irgendwie mit dem Brunnen klarkommen. Oder Strom ist dann halt nicht mehr möglich in solchen Regionen. Ja, aber genau das ist es, Patrick. Das, was passiert, ist relativ einfach. Man wird den Standard senken. Man wird den Standard senken. Und diejenigen, die sich zunächst darüber freuen, dass sie sagen, ja, ja, dann haben wir wenigstens ein bisschen was noch. Ja, die Kneipe ist weg, die Kirche ist weg, der Pfarrer ist weg. Alle sind weg. Jetzt, aber lass uns noch ein bisschen, also eine halbe Apotheke reicht uns doch auch. Aber die merken gar nicht, dass dieser Adalas in der Qualität, genau dieser Adalas führt dazu, dass die Qualität auch beim Arzneimittel, bei der Versorgung nach unten geschraubt wird. Und dass sie selber in die Falle tappen, dass sie selber in die Falle tappen der Liberalisierer und derjenigen, die ihnen Glauben machen, im Übrigen auch in anderen Teilen des Sozialstaats, die sagen, nee, wir können uns den Standard nicht mehr leisten. Ihr müsst mit weniger auskommen. Und allen, die behaupten, ja, das muss man halt, das muss man möglich machen. Die sitzen übrigens in Städten, die haben höhere Gehälter, die können sich ganz viel leisten, ja. Wir werden sehen, es ist die gleiche Debatte, die wir gerade bei der Rente erleben und bei anderen, dass jetzt darüber debattiert wird, welche Leistungsausschlüsse muss ich hinnehmen, weil etwas nicht mehr möglich ist und angeblich nicht mehr finanzierbar. Und die Debatte musst du von einer ganz anderen Seite, und dafür muss man weder Sozialdemokrat noch sonst irgendwas und schon gar kein Sozialist sein, um einen Anspruch zu haben an eine Gesellschaft, wie man versorgt werden möchte. Und dann hat der Ortsvorsteher oder die Bürgermeisterin haben halt dann leider Unrecht, sie sollten sich lieber darum kümmern, wie schaffe ich es, eine vollwertige Arzneimittelversorgung aufzustellen, was kann ich als Kommune tun und leisten, um Approbierten es schmackhaft zu machen, hier in einer Filiale tätig zu sein, damit wir eine hochwertige Arzneimittelversorgung haben und eben nicht diesen Weg gehen in eine mindere, in eine zwei- oder sogar drittklassige Versorgung. Die werden sie am Ende bekommen. Und das ist was, da glaube ich, da ist Karl Lauterbach auf dem falschen Pferd unterwegs. Und du hast es live erlebt bei dieser Digitalmesse, die da war, wo sich alle feiern für irgendwelche neuen Konzepte, die am Ende natürlich antreten, um Alternativen sein zu wollen für eine bereits existierende Versorgung. Es geht nicht darum, dass ich behaupte, Versorgung wäre heute perfekt, die darf gerne verbessert werden, wo Digitalisierung nützlich ist, gerne, aber ich sage mal, im Moment geht es doch darum, dass sie nur schlechter wird. Und das muss sich dringend ändern und wenn das Apothekengesetz dazu führen wird, dass die Versorgung besser wird, dann her mit dem Apothekengesetz. Ich befürchte nur, dass das, was da drin steht, Versorgung schlechter machen wird, weiter schlechter. Ja, aber wenn es positiv wäre, hätte man es ja auch einfach mal vorlegen können, wenn man stolz drauf wäre. Es scheint ja irgendwie so hintenrum jetzt noch durchgedrückt zu werden. Das ist ein schöner Gedanke, Herr Holstein, den nehmen wir doch einfach dann mit in die nächste Woche. Also der Gedanke, dass das so schlecht ist, dass sie sich gar nicht trauen, damit rauszukommen, das müssen wir auf Herz und Mieren prüfen dann. Gut. In diesem Sinne, das war der Podcast nur mal so zum Wissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir vielen Dank. Man darf wie immer gerne uns schreiben an postetnurmalsozumwissen.de, kommentieren, liken, disliken, was auch immer. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss. Ja, das war doch schön, oder? Ja, das war hinten raus etwas ernst geworden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.